Einen wunderschönen guten Tag, willkommen in einer neuen Folge von Realm of Ink. Wir machen weiter. Ich bin ready. Oh, ich bin jetzt schon getroffen, direkt zum Start, ey. Oh mein Kleid. Ey. Nee, das will ich nicht. Ich kenne Wild Momos. Na komm, weiter geht's. Perk oder Sil-D? Nee, Perks. Give mir Perks. Die kann ich brauchen. Oh nein, schon wieder diese blöden Kanoniere, ey. Nicht mal die Dinge. Oh, 6 HP wieder herstellen, sehr gut. Komm schon. Oh, das mit den Federn, die da rumspringt, ist schon geil. Bin ich ehrlich. Max HP plus 7%. Oh, geil. Ja, den muss ich nehmen. Was bist du? Pick one of three Curse Perks at random. These items have both strong positive and negative effects. Und once you decide to take a Curse Perk, you cannot... Ja, okay. That was fun. So your prize will be, you get to play with me again next time. Currently increased by... For every one health point loss damage modifier increases by 0.75%, but you can no longer restore HP. Nee. Digital damage plus 50%. Every five seconds generates an orb that explodes in 1.5 seconds. Ist ja alles scheiße, aber ich muss den hier nehmen. Ach, ja, okay. Ja, mach mal ein Trial. Ich will geile Belohnungen haben. Komm. Bin ready. Eine Minute überleben. Kriegen wir hin. Die geht hin. Da komm. Die Gegner. Hallo. Ah, shit. Ja. Shit. Alter. Oh, Gott, dem Himmel, du. Ja, ja, ja. Ist nicht so geil, ne? Brauchen wir noch 17 Sekunden. Kriegen wir hin, oder? Ja. Hey, Junge, Junge, Junge. Aber wir haben es. Okay. Wir haben ordentlich HP verloren, ne? Wenn er drei Coins mit der Power of Cursing, you can unleash Curses upon Enemies. Ich glaube, ich muss den, den ich schon mal hatte, oder? Oh, ja. Ja. Okay, mach den. Ja, ich muss den weg machen. Und ein Perk. Permanent Reduced Cooldown of Ink Skills. Permanent Decreases Heavy Attack Damage. Okay. Den, äh, Cooldown. Nehme ich mit. Silver Chest oder Elixir? Ja, mach Silver Chest. Komm. Give me the money. Okay. Ja, komm. Ja, scheiße. So, ich muss jetzt hier ein bisschen töten mit dem... Höh? 0%? What? Okay. Na, guck mal, wo wir sind. Ja, na, schau mal einer an, du. Ähm. Max HP. Also, ich brauch erst mal Essen. So. So. Das passt. Okay. Max HP plus 15. Damage Reduction plus 30%. Okay. Gold Touch Duration. Was ist denn? Gold Touch Duration. Movement Speed Reduced. So, 10 HP for entering a new room. Auch nice. Dot Damage plus 20%. Äh, ich, also, ich nehm den hier. Ich hab den hier. 10 HP in jedem Raum. Wieder herstellen. Okay. Warte. Ja, die kann ich natürlich auch was verbessern. Ja. Äh, den Burning Ink. Ja. Gut. Gehen wir. Kommt ein Miniboss, oder? Gredis. Ah, das ist der mit den, ja, 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 ja. Mit den, äh, drei verschiedenen, äh, Attacken. Irgendwie nicht so verdammt schwierig, ne? Da macht's gut aus, war ich nicht. Ah, fuck. Okay. Warte. Da. Okay. Boah, scheiße, ja, da kommen ja die Goldmünzen, ja. Easy. Das ist kein Problem. Da weiche ich doch gerne aus. Und jetzt haben wir ihn bereits, oder? Easy. Zack. Hätte ich gar keine AP regenerieren müssen, ey. Äh. Venom Ink kann, äh, weg. Elixir. Ähm. Verminid increases max HP. Damage Reduction. Max HP, komm. Und noch ein Dumpling. Ja. Nächster Raum. Äh. Gib mir einen Perk, komm. Gib mir einen geilen Perk. Okay. Easy. Drei Prozent schon, okay. Ähm. Ink Skill Damage, zwölf Prozent. Max HP plus zehn Prozent. Dann, upon acquiring these Perks, and picking up these Perks, immediately gain a shield. Okay. Ja. Äh. Rare Treasures, but will encounter stronger Enemies. Kein Problem. Machen wir. Gib mir die starken Enemies. No. Fucking Problem. Das sagt doch kein Problem. Ja, fuck. Das war's schon. Critical Damage, acht Prozent. Perkment decreases Dot Damage. Perkment decreases Light Detect Damage. Den Shielding, dem will ich nicht. Wir können weitergehen. Bill was Chess. Ja, komm. Jetzt gib mir ein bisschen Geld. Mein Damage ist ja schon krass. Da macht die blöde Hand da weg. Okay. Er hat sich ein bisschen betroffen, aber ich habe ja ein Schild. Ist okay. Vier Prozent schon, okay. Und weiter. Gems Abyss. Das ist ein riesiges Problem, Herr Tadio. Hä? Mein Damage ist schon krass. Muss man jetzt so mal sagen, ne? Dann schau dir das mal an, ey. Komm ja easy durch die Kollegen durch. Was willst du? Was sagst du, Jungin? Ein Spiel, sagst du? Was ist ein kleines Inkblatt-Wager zwischen Freundlichen? Du wirst? Und ich gebe dir ein Treasurer. Lose? Well. Wie viel von diesem Blut hast du wirklich? Anyway. Ja, schon alles. Wie geht's? Use 30 HP für... Ja, komm. Ich weiß, ich bin etwas, was zu sehen. Und ab 54 Münzen. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ja, guck mal, wo wir gelandet sind. Äh, kann ich bei dir was machen? Den Cursing könnte ich verbessern. Das machen wir. Ah, jetzt hat der Kollege hier wieder eine Fähigkeit. Was ist denn für eine? Das ist stark. Ähm... Hast du trotzdem irgendwas Brauchbares? Reduce Dash Cooldown increases Ink-Skill Damage für zwei Räume. Ja, komm, wir 152 mehr Damage machen. Gain Shield plus 10%. Every 10 seconds gain 10 points of shield. Last in 5 seconds. Critical Damage plus 15% und mehr Dot Damage. Heavy Attack Damage is increased by 15%. You gain 15 Shields for 3 seconds. Äh. Okay, der ist... Wir zählen noch einen. Entweder den hier. Critical Damage plus 15% oder... Additional Damage. Ähm... Einfach so meinen Damage erhöhen. Komm. Äh... Ach so. Ab in den Boss fight. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Alles ist void. Genau. Hä? Guck dir die Damage schon. Ist doch nicht normal. Ist doch nicht normal, der Damage. Guck mal, ich hab die erste Phase und fast vorbei. Ist doch nicht normal. Guck mal, erste Phase. Das ist schon fertig. Okay. Ja, sehr gut. Ja, fuck. Äh, ja, ja, ja. Got it. Ja, mach deinen Scheiß da. Ist okay. Also, unser Kollege Bruder, ist er wirklich Chance? Ja, guck mal, mach ja mal fertig hier. Scheiß drauf, Junge. Ja. Tschüss. Ich mein, ich hab eh wieder voller HP. So. Perk. Permanent increases Light Attack Damage by 6%. Permanent reduces the cooldown of Ink Skill by 5%. Oder Permanent increases Ink Skill Damage. Oh ja. 190 Silver Coins, Niade Ink und Marshal Skill. Light Attack deals an extra 50% Damage to Enemies under the Ink Schnee. Using a fully charged Shave Attack will trigger a circular Shock Wave that expands outdoor. Okay. Eine Shockwelle. Wir können auch einen Reroll machen. During any Heavy Attack you're invulnerable and Damage Attack... Okay. Machen wir ein Reroll. Often using Ink Skills have Attack Damage plus 20%. Attack Range plus 20%. Attackable up to two times. Releasing a Swift? Nee. Light Attack is converted in a two-stage Rapid Forward Sweep. Okay. Das ist jetzt meine Heavy. Okay. Gut. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Nächstes Gebiet. Eerie Garden. Machen wir morgen. Ich sag danke fürs Zuschauen. Hat einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Tschüss.